Das Beader Change Protein Porridge ist die perfekte Mahlzeit für alle, die eine gesunde, schnell zubereitete und langanhaltende Mahlzeit geniessen möchten. Das leckere Beader Change Bio Protein Porridge enthält ausschliesslich natürliche Zutaten. Die enthaltenen Schweizer Haferflocken halten durch die vielen Ballaststoffe lange satt. Besonders der Ballaststoff Beta Glucan hat es in sich. Er senkt den Blutzucker- und Cholesterinspiegel, wirkt sich positiv auf die Insulinreaktion aus, sorgt für ein längeres Sättigungsgefühl und die Vermehrung guter Darmbakterien. Unsere Haferflocken enthalten viele Mineralstoffe, besonders Magnesium, Phosphor, Eisen und Zink und wertvolle Vitamine. Von allen Getreiden hat Hafer sogar den höchsten Vitamin B1 und B6-Gehalt und liefert viel pflanzliches Eisen. Für Getreide enthalten die Flöckchen zudem recht viel Protein und wenig Fett. Das Bio-Milchprotein aus den Schweizer Alpen ergänzt den täglichen Proteinbedarf und sorgt für zusätzlich eine tiefe Insulinreaktion. Das bedeutet, dass es keine starken Insulinausstösse gibt und somit Heisshungerattacken verhindert werden. Mit siedendem Wasser vermischt entfalten sich die natürlichen Aromen und quellen die Bio-Haferflocken zum feinen Gaumengenuss. In nur 5 Minuten ist die Mahlzeit bereit zum Essen. Unsere Porridges sind aromatisch fein abgestimmt und benötigen keine zusätzlichen Zutaten. Um aber noch mehr Abwechslung reinzubringen, kann es selbstverständlich nach Belieben mit anderen Lieblingszutaten wie Nüssen und Früchten ergänzt werden. Unsere Porridge-Rezepturen sorgen für eine langanhaltende Sättigung, eine gute Versorgung unseres Körpers mit den wichtigsten Nährstoffen und sind für jeden sehr leicht verdaulich. Feinste aromagebende Zutaten runden das Geschmackserlebnis ab. Die 100% in der Schweiz hergestellte Hafermahlzeit eignet sich ideal für das tägliche Frühstück, zum Mittagessen oder auch als Snack zwischendurch. Mit siedendem Wasser angemischt ist es in nur 5 Minuten zubereitet. Eine Portion vor dem Zubeck gehen sorgt für eine verbesserte Nachtruhe. Für Sportler eignet es sich als leicht verdauliche Energie- und Proteinmahlzeit vor und oder nach dem Training. Es ist ideal bei kurzen Mittagspausen, für unterwegs, auf Wanderungen, Picknicks und so weiter. Die Beated Change Protein Porridges gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Sie sind alle in unseren nachhaltigen, biologisch abbaubaren und lebensmittelechten Beuteln verpackt. Wer das Porridge lieber kalt geniesst, kann die Porridgemischung am Abend zuvor mit kaltem Wasser zubereiten, in den Kühlschrank quellen lassen und am Folgetag geniessen. Eine warme Mahlzeit am Morgen hilft, den Stoffwechsel in Schwung zu bringen. Unsere Porridges sind Swiss-Made, bestehen aus 100% biologischen Zutaten, sind sehr leicht verdaulich, ohne Konservierungs- und Zusatzstoffe, in 5 Minuten zubereitet und sind vegetarisch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017